Meine lieben Damen und Herren, wir schon am Dieter erkennt, wir befinden uns vorm Sill City Einkaufszentrum, das zweitmeistbesuchste Einkaufszentrum in der Schweiz. Der Vardy Team Store ist im zweiten EG. Ich will, dass du vorbeikommst, wenn du das Video siehst. Wir haben die größte Auswahl, 25 Meter Sneakerwand, du musst das live gesehen haben. Let's go! Angekommen an unserem zweiten Store, Vardy Team in Sill City. Sill City ist ein Einkaufszentrum, wie ich schon im Intro gesagt habe, mit 25.000 Daily Besuchern. Lass mal schauen, was wir so gemacht haben. Ich sag euch ehrlich, der Mietvertrag wurde mir, ich glaube am 17. August habe ich den bekommen. Heute haben wir den 14. September, nicht mal einen Monat hat es gedauert, bis wir hier aufgemacht haben. Wir haben hier auch extra so eine Absperrung gemacht, weil ich sag euch ehrlich, die erste Woche, wo wir gerade das Video drehen, ist eine Testwoche. Man muss fairerweise sagen, das Team ist neu nicht eingespielt. Genauso nicht eingespielt bin ich mit diesem Security-Team-Dingern. Und unsere Aufgabe ist, in dieser Testwoche dafür zu sorgen, dass alle Abläufe zum Grand Opening am 22.9. funktionieren. Aber was mich schon heute überzeugt hat, obwohl wir erst seit elf aufgenommen haben und Stand jetzt 13.03 Uhr ist, haben wir schon 30 Verkäufe. Und 30 Verkäufe an Schuhen und ich glaube 5, 6 T-Shirts davon. Was krass ist. Ich finde, die Sneakerwall spricht alleine für sich. Es sind 800 verschiedene Paar Schuhe ausgestellt. Und auf der anderen Seite werden wir es noch vergrößern. Wir können sehen, vielleicht oben fehlen gerade uns so die kleinen Plastikteile. Da werden ungefähr nochmal 45 dazukommen. Das heißt fast 900 Schuhe. Wie ihr auch sehen könnt, ist es nicht nur ein reiner Party-Team-Pop-Up, sondern ich habe mich dazu entschlossen, auch Elevate hier zu verkaufen. Und wir haben Elevate-Artikel auch ausgestellt, weil ich bin ja Teilhaber von Elevate. Und ich finde es halt auch cool, weil so haben die Leute einfach die Chance, für den gleichen Preis, ohne Import, die Elevate-Sachen mal zu kaufen, die Qualität zu testen. Und ja, Vati-Team-Sachen hingegen kommen auch, aber die sind im Zoll leider fäng... Vati-Team-Sachen sind leider im Zoll hängen geblieben und aus diesem Grund dauert es bis nächste Woche, bis die ankommen. Da kann man leider nichts machen. Hatten wir halt ein bisschen Pech. Aber allgemein, ich bin sehr stolz auf das Team. Ich finde auch, das Graffiti ist krank geworden. Man muss sagen, okay, die Kasse ist hier ein bisschen vorgestellt, noch der Hubwagen steht, weil heute, wie gesagt, ist der erste Arbeitstag. Das wird noch alles verändert. Auch, wir werden viel mehr von diesen Kleiderstangen hier haben, weil wir so viele Klampen, die gar nicht ausgestellt sind. Aber natürlich, der Hauptfokus ist auf Schuhen. Ich bin der Meinung, wir haben eine richtig coole Kombination. Wir haben Travis Jordans in fast allen Colorways, wir haben coole Jordan 1 Mids, coole Jordan 1 High. Auch teure Modelle, wie zum Beispiel den UNC, auf der anderen Seite so ein Mokka oder halt auch ein paar günstigere Modelle, wie der Taxi da. Also wirklich cool. Ich persönlich kenne keinen Store in Europa, der so eine große Seeker-Wand hat. Die ist 25 Meter lang. Natürlich gibt es hier Unterbrechungen und ihr fragt sich, hä? Warum ist hier Platz? Ich kann euch eine Sache sagen. Es gibt eine Firma in der Schweiz, wo wir Spiegel bestellt haben und diese blenden wir jetzt auch ein. Ist mir wirklich scheißegal. Die haben mir eine Lieferzeit versprochen von einer Woche. Wir haben die Spiegel vor drei Wochen bestellt. Wo sind meine Spiegel, Digga? Für die ich 4.000 Euro bezahlt habe für sechs Stück, weil mein Plan ist, die ein Spiegel kommt, der ist nicht da. Dann kommt ein Spiegel hier und da. Damit hier drei sind und die restlichen drei sollen so freistehend sein, damit man sich auch sehr anschauen, was wir gerade machen müssen. Ist ein Foto vom Kunden mit unserem iPhone, den zeigen und dann das Bild löschen. Perfekt, Digga. Aber sowas passiert halt. Wie gesagt, es war ein sehr spontanes Ding, was wir hier gemacht haben. Auf jeden Fall Shoutout auch an Christian. Ich habe zu ihm schon mal einen LinkedIn-Post gemacht und der ist wirklich ein Ehrenmann. Weiterhin, ich glaube, was ihr auch schon da hinten sehen könnt, haben wir eine krasse LED-Wand. Da werden bald die Vardy-Team-Videos, YouTube-Videos, Vardy-Team-Klamotten-Videos abgespielt. Wir formatieren das gerade um und ich glaube mal am Samstag werden schon die ganze Zeit die Vardy-Team-Clips laufen. Ich glaube allgemein von der Optik vom Laden, es ist komplett das Gegenteil von Vardy-Team in Berlin. Vardy-Team in Berlin ist richtig hell, hier ist alles richtig dunkel. Vardy-Team in Berlin ist richtig clean, hier gibt es Graffiti, hier ist alles ein bisschen Mischmasch. Aber ich bin wirklich dankbar für die Chance. Shoutout geht wie gesagt an Christian, meinem Vermieter hier, der mir das ermöglicht hat, am zweiten größten und zweiten Mal des Besuchs-Einkunftszentrum der Schweiz uns mal zu testen. Ich weiß, dass ich oft gesagt habe, ich habe keinen Bock auf Läden oder was auch immer. Aber wer kein Risiko eingeht, trinkt auch kein Champagner. Und aus diesem Grund bin ich das kalkulierte Risiko eingegangen. Und hoffentlich wird das Ding funktionieren, weil ich kann euch so sagen, die Schweizer Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, sind ja fünf Leute. Dann hat man ja trotzdem Nebenkosten, hier Miete, alles drum und dran. Mal gucken, Digga, ob jetzt nach drei, vier Monaten sich das lohnt. Auf der anderen Seite kennt ihr euch, glaube ich, auch sehr spannende Cases auf LinkedIn erhoffen. Ich glaube, viele sind so, okay, wie viel bringt so ein Store? Und was ich machen will mit diesem Laden ist zu zeigen, ey, schaut mal, so und so viel Umsatz haben wir gebracht. Warum ich das machen will, weil Vadi Team und der Store hier in Zürich, es sind komplett unterschiedliche Dinge. Vadi Team ist alleinstehend, nicht in einem Einkaufszentrum. Wir haben hier ein Einkaufszentrum mit 25.000 Besuchern. Und ich will einfach schauen, okay, wie viel von diesen 25.000 Besucher werden kaufen. Und aus diesem Grund machen wir auch diese Woche, wo ich quasi keine Werbung mache. Und dann mit Werbung, mit Opening-Party, mit allen drum und dran, um zu schauen, okay, was kommt wirklich dabei rum? Und das werde ich ganz transparent auf LinkedIn posten, damit ihr auch mal dazulernt und wisst, wie bei uns es abgeht. Weil ich glaube, es ist viel, viel cooler, wenn man so weiß und sagt, okay, hey, das und das geht ab. Ich glaube, was auch cool ist, ich kann euch leider das Lager nicht zeigen, aber wir haben 5.500 Paare. Es gibt einfach Walkie-Talkies bei uns. Wir haben einen festen Lagermitarbeiter, der sich nur um Einlagern und Auslagern für Kunden hier drin kümmert. Wo wir hier aufgebaut haben, Freitag, Samstag, ich habe wirklich, und das ist ein sehr weirder Flex, den ich gerade sage, 200 bis 300 Floats gemacht, obwohl das Glasding auch zu war. Also Support spielen wir auf jeden Fall und ich hoffe, dass dieser Laden sich lohnen wird und ich freue mich auf die Case Studies mit euch. Und ich würde mal sagen, wir chillen mal jetzt noch im Laden, gucken mal, was so abgeht und dann gehen wir mal schön Mittagessen zu Vapiano, Essen mit Yannick Vapiano und heute Abend fliegst du schon, ne? Ja, Mann, 18 Uhr. Wie schmeckt sie? Richtig gut, der Schliebeautgang. Schönes Kuhle hier, du hast so viel gute Ausfall direkt als halt Einkaufsland, du hast ein Schnitzel an, das Vapiano, du hast ein Aseraten, aber ich bin halt sehr großer Nudeltrend und deswegen ist es für mich naheliegend, dass es zu Vapiano wäre. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine lieben Freunde. In den Zürich-Store wurde wirklich viel Arbeit gesteckt und ich würde mich freuen, wenn ihr aus der Nähe oder Umgebung vorbeikommt einfach und es mal sich anschaut. Am Ende des Tages, meines Erachtens nach, ist es wirklich der erste Sneaker-Store bzw. Consignment-Store, den du ernst nehmen kannst in der Schweiz und ich würde mich über Support freuen und ich würde sagen, wir sehen uns Donnerstag mit einem freshen Video. Ciao. Ciao.